So, willkommen zurück bei, wer wisst es alle? Bei was? Ja, der war gut, nicht. Ich war ja gerade dabei. Und zwar hatte ich jetzt vor, Kabel zu machen. So, jetzt haben wir den Netherweather. Nether, nein, das ist ein Extractor. Jetzt habe ich noch blöder weiß Kupfer dabei. Äh, nein, gar Kupfer. Wie viel habe ich denn da? 14. Weil ich muss ja jetzt das irgendwie verlegen. Wie viel Gold habe ich? Mach doch lieber. Gold, okay. Aber da geht doch so viel verloren dann. Das ist schief. 4. Und da war es. Das ist gut. Aber jetzt muss ich erst mal schauen, wo ich da gar überhaupt hinkomme. Jetzt war mir klar, dass da was ist. Weil das ist nämlich schon ziemlich langweilig. Wer macht den Dürf? Da ist irgendwie ein Viecher, Alter. Was macht da man Dürf? Das gehört, das was? Und er verstanden hat. Oder es war hinten? Nein, egal. Okay, da haben wir getäuscht. Vielleicht. 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 Schon wieder? Hä? Die wollen wir doch verarschen. Ach, da. Jetzt weiß ich auch, wo du bist. Ich muss nicht überschneiden. Ach, genau. Ich könnte jetzt noch erschienen, aber dann dann habe ich es praktisch so über Wasser. Dann habe ich praktisch relativ wenig Verlust. Und da bleibt mir da ein bisschen was übrig. Und ich glaube, 12 Kabel müssten reichen. Müssten. Jetzt muss ich nur noch da finden, wo ich da das Loch hochgeräum habe. Was ist mit dir? Das ist 1 zu hoch. So. Genau so. Sowieso. So. Das kann ich natürlich dann nicht mehr umändern. Doch. Ich kann schon eigentlich, aber... Mein Gott. So, wieder einmal so. Ja, das brauche ich noch. Gut, da ist es jetzt ab. So. Sonst brauche ich jetzt eh nichts mehr eigentlich. Außer, den da drauf hinsetzen. Dann hätten wir Stroh. Produzieren. Ja. Dann machen wir da ein Kabel hier. Schauen wir mal, wie gut mein Range ist. Und ich habe es sogar gekriegt. Und dann können wir das jetzt so weg tun. Weil ich dachte eh, verlegt ist gerade noch da. Das ist ein Dschungelwood. Können wir zumachen. Dann haben wir schon mal den ersten großen technischen Fortschritt. So. Ich kann das da auch nicht so schieben. Ach, wir haben das noch gar nicht angestellt. So. Ich hole jetzt das da dabei weg. Das war ganz einfach aus dem Grund. Ich hoffe da ist keine Kohle mehr drin. Gut. Die Badbox sollen auch leer werden. Weil ich mag nämlich sehen wie schnell ich das auflädt. Und ob es dann überhaupt geht. Weil das ist doch jetzt schon... Theoretisch... Die Badbox haben wir noch. Theoretisch. Kohlenstaub... Ich weiß wie es liegt. Okay, es bleibt ja... So. Sieben. Es geht nicht aus. Aber wie war das mit den Nero Carbon? Kacke da. Das hat man da gleich wieder braucht. Ich muss jetzt auch mal schauen. Also Nano. Schauen wir mal gut. Ach Gott, das ist bei einem Kompressor. Na toll. Also Kompressor ist meine nächste Mission. Der Kompressor. Oder ist der? Was ist bei dem anders? Okay. Was braucht man eigentlich dafür? Nein, da kann ich verzichten. Ja, ich sollte immer noch mal kommen. 6 stone. Oder Maschinenblock. Und der. Das ist 6 stone. Was ist denn da drin? Hey, cool. Nein, das ist nicht. 6 stone. 5 stone. 3 stone. 3 stone. 4 stone. Dann 6 stone. Das geht aber schon mit Energie raus. Deswegen hol' ich mal das noch kurz alles. Und nachher. Die 6 stone habe ich doch eh. dann hätte jetzt das, das erste schon mal so ein Teil, 6 Stollen Stone sind gerade in Verarbeitung und da brei noch, 6, 8, 8 ich brei, 8, weiß nicht mehr das was, aber wurscht, so jetzt, da hätte ich mal sagen, dass die Kappe nicht lang. Ich verlieb jetzt einfach mal das O rum. So, Quedidator Avitora ist da drüber Wasser. Ähm, ich tue es hier weg. Hm, okay, nein, nein, ich kann das mal. So, das schaut gar nicht so scheiße aus. Das Lieben, da werden wir das Lieben einfach gemacht, so drüber ist das. Dann hätten wir da nämlich einen kleinen Spielraum. So, aber dann verlege ich es doch lieber, nein, 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 Ich hoffe wirklich, dass ich, ich habe jetzt auch nicht so Erfahrung, dass ich damit leiten kann, aber ich hoffe einmal, ja, ich hoffe einmal genügend, das Problem ist, ich kann da nicht mehr rüber, aber nicht so gern da rüber. Ja, jetzt ist es Nacht, das ist toll, das ist echt schön, oder? Wenn es Nacht ist, dann passt es, oder weiß ich nicht, dass ich keine Ahnung habe. Toll, jetzt geht die Zange auch gerade unter. Das ist echt doof, aber wer kann das wissen? Jetzt habe ich nämlich gar keine Energie, also muss ich den dabei speisen. Ich gebe einem jetzt mal vier, weil die fünf Maschinen der Fristen des Erfes sind eigentlich nur drei, aber... Da habe ich noch was, dafür Bronzer habe ich eigentlich noch, dann mache ich doch mal ein Müller. Auch mal. Da war ja doch der Unreicht. Ja, ja, komplett. Toll. Moment, muss ich mal wieder ein bisschen vor dem Platz. Jetzt rein, noch mal. Du hast mir sicherheitshalber Schwerte. Chuck. Chuck. Er ist zu groß. Die sind alle schon so groß. Bis auf dir. Gut. Jetzt war das so fertig. Das ist weg. Und das weg. Dies. Die sind jetzt eigentlich auch nur so großartig. Weil die hat es schon das größte, da auch gekraftet habe. Und gekraftet. Ich kannte mal wieder mit meiner... Wo ist das? Ach, das ist ein Tree Tripper, das würde man nur spielen. Den dröhle jetzt schnell. Alles geläppt. Wow, 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 wow. Was geht mit meinem Wald auf? Ach so, das ist jetzt nicht so. Da hat der Wiener zu ziehen. Das ist jetzt nicht so. Ich denke schnell, wenn ich das nicht so. Vielleicht setze ich an. Toll. Alter, wo kommst du jetzt? Ich kann das nicht genau arbeiten. Was sollst du dafür? Nein. So vertischt es euch mal. Das ist jetzt eh nicht so leicht. Ich brauche das gar nicht mehr. Aber... Nein. Nein. Weil ich so viele Waderscheißen-Wut habe. Also... Also... Nee, das... Ja gut, der ist zwar ziemlich langsam. Der ist da. So, wenn wir jetzt auch einen anderen brauchen. Also einen Mob. Nicht. Ich darf sagen... Ich darf jetzt erstmal mal... ...ne Brug und so. Na, was ist das? Nein, mit Brug kann man nichts. Oh. Jetzt steht, dass es so weit weg. Gut, gut. So. 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 oder wenn man einen Tornado fängt vielleicht verkaufen ich da mal einen Tornado an den Strive oder einen P rein zu sicher drüber da oben möchte man sich unterbinden also ich habe 64 einen Stack mit seiner um ein bisschen kaputtgekommen gut Uh, jetzt ist mir da was eingeschaut nein, nein woher ist der da nicht mehr? mein Mann hat verkehrt ich muss jetzt dann gleich mal hinschauen da bin ich jetzt echt gespannt oder das jetzt schau ich an das schnell aber jetzt endlich mal ein Scheißfeld oder? das geht ja erlaubt das geht ja das geht ja ja das geht 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 ja So, jetzt gehe ich auf die andere Insel, ich weiß nicht, wie weit das ist. Habe ich nicht das Boot dabei rausgenommen? Weil sowas scheint, rennt es noch länger. Ich sehe ihn nämlich am Boden, das finde ich so traurig. Home Home Home, Home 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 Home. Dann können wir dann ein Zusatzgebäude hinfahren. 20 Stücke weg. Wir brauchen die Rechte, aber wir wollen uns nicht dran bewegen. Driftmaß Ohrne, so ein Tier. Läver raus, das war ein Wetter. Wollt Wasser, das ist gar nicht, das Wasser ist echt gegrückt. das ist wahnsinnig weiss, das ist der turtle irgendwo wie nirgendwo ich hoffe jetzt mal dass er vielleicht da am eh irgendwo ist mal schauen man sieht jetzt gar nichts selbst ich sehe nichts man sieht gar nichts aber was ich sehe dass mein turtle tatsächlich fort ist ich wachs nicht naja alter das ist so nass was war das? wie komme ich mit der Triff? hat das eine gute Emu oder was? dann mache ich es einfach ganz anders weil dann habe ich ehrlich gesagt keine Lust das unterirdisch zu machen dann mache ich es später dass ich irgendwann in den nächsten Folgen einfach so eine Brücken und da drauf eine Schiene dann habe ich es schon aus Koppelstol den habe ich dann mit der Kuh und so also das schaut bestimmt auch gut aus zwar nicht toll aber es schaut gut aus aber ehrlich gesagt habe ich dann jetzt auch keine Lust nochmal zwei fette Dios zum hergeben oder drei drei sind sie scheiße wenn das jetzt ist range gewesen wäre so ich wollte irgendwas heute gar nicht was ich kraften wollte ich will doch den kompressor und den mache ich jetzt auch noch schnell Maschinenblock 8-5-5-1 ich hoffe ich bin jetzt fertig 8-5-5-1 8-5-5-1 was? was? wie ich jetzt sie mitbrach na sieg sie so sieg sie tatsächlich und dann wo der epic squeeze also squeeze also den hau jetzt da mal schnell hin und dann ko ich da ach genau wegen dem jo nächstes Mal schauen wir mal wenn ein Song wieder scheint dann gucken wir mal ich dachte ich schreibe naja jemals dann scheint das Blot fertig da ähm ist dann da die Song müssen wir uns bis nächstes Mal wieder also bis denne ciao tchau 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 tchau